Hallo, hier bin ich wieder mit dem Telefonakquisetipp Nr. 4 und das ist der Punkt Intelligenz bei der Vorzimmerdame. Lass Intelligenz walten bei der Vorzimmerdame und ich habe schon einiges, also schon einige auch erlebt, Gott sei Dank die Minderheit von Teleakquisiteuren auch in meinem Team, die auch nur kurzfristig Teil meines Teams waren, die gemeint haben, wenn sie an eine Sekretärin oder eine Vorzimmerdame, nennen wir es mal so, treffen, sie unbedingt davon überzeugen müssten, jetzt durchgestellt zu werden, zum Entscheider, zum sogenannten Chef. Und das jedes Mal bis aufs Blut ausdiskutierten und natürlich niemals durchgestellt werden, denn das verfest, das ist ja natürlich, das wird als nicht respektvoll angesehen, wenn man einfach versucht, die Vorzimmerdame zu umgehen oder platt zu walzen, ja, mit irgendwelchen Geschwätz oder Gelaber, man muss es wirklich so knallhart sagen, ja. Und dann, es gab einen speziellen Fall, wo ich, ja, mich immer wieder gewundert habe, dass diese Person sowieso in diesem Art Tätigkeit arbeitet, der dann immer, jedes Mal in einem Fight sozusagen da irgendwie, der sogar gesagt hat, er würde sich dann beschweren und was weiß nicht. Also, das führt absolut ins Nirwana, ja, die Vorzimmerdame auf irgendeine Art und Weise, ja, für dumm verkaufen zu wollen und diese mit irgendwelchen Tricks, ja, umgehen zu wollen oder überwalzen zu wollen, ja, um was auch immer, sondern, ja, nimm, respektiere die Vorzimmerdame, als wäre sie der Entscheider, ja, ist mein absoluter Tipp hier, ähm, sei höflich, äh, geh auf sie ein, auf ihre individuelle, ähm, Art und Weise, wie sie solche Anfragen, äh, prozessiert, ja, das kann über E-Mailing sein, das kann über Weiterleiten sein, das kann egal was sein. Es wird viel, viel, viel länger dauern, wie bei einer Kaltakquise, wo du, oder Telefonakquise, wo du direkt zum Entscheider weitergeleitet wirst, aber die Entscheider, die sich eine Vorzimmerdame leisten können, haben in der Regel auch viel mehr zu sagen und entsprechend auch viel ganz andere Projekte und Budgets und in the long run, ja, lohnt sich das für deinen Kooperationspartner, also für deinen Auftraggeber, zehnfach, zwanzigfach, vielleicht sogar Zehnerpotenzen, ja, von den Aufträgen, die dann letztendlich, ja, in the long run, ja, langfristig dann dabei rausschauen, ja. Solche Gespräche, solche Termine in der Telefonakquise oder im Telemarketing baust du lang-, ganz langfristig auf. Das kann Monate dauern, ist überhaupt keine Seltenheit, ja, kann auch mal ein Jahr dauern, bis du da einen guten Termin hast mit so einem Entscheider, ja. Das geht eben nur über ganz verschiedene, multiple Steps, ja, und in Zusammenarbeit mit der Vorzimmerdame, ja. Also hier mein Tipp Nr. 4, sei intelligent, ja, im Umgang mit der Vorzimmerdame, der Sekretärin, so wie sie ursprünglich mal hieß, obwohl es ja letztendlich mittlerweile teilweise Damen sind, die ganz, ganz ein sehr umfangreichen Aufgabengebiet haben, ja. Das sollte man niemals unterschätzen, ja. Das war's mit diesem Telefonakquise-Tipp Nr. 4 und der fünfte und letzte folgt zugleich bis gleich. Das war's mit dieser Welt. Vielen Dank.